Geralt? Tut mir leid, Geralt. Mein Hals ist immer noch... Schon gut. Werd bald gesund. Oh. Deine Augen auf das Licht reagieren. Ein Arzt? Moment, ist das hier ein Ärztehaus? Ähm. Okay, ein nicht sehr stabiles Ärztehaus. Ja, Patient. Ah, okay. Ein Ärztehaus. Das ältere Blut. Wat? Ups. Dort ältere Blut. Moment, zwischenzeitlich. Beide ich mal einmal. So. Hm? Hm? Das Ärztehaus ausplündern gehört sich eigentlich nicht. Allerdings könnten da Kräuter dabei sein, die wirklich selten sind. Die man vielleicht nicht überall findet. So wie da hinten zum Beispiel. Oh. So. Das waren jetzt mal ganz cool. So. Mal eben. Zwei Nebenquests. Ähm. Gewinnt ja. Gewinnt ja. Gewinnt ja. Nö. Fliegende Fäuste. Äh. Nochmal gewinnt. Gehne ein Bruder zu den Docks, um Hitarius Lieferanten zu treffen. Das könnten wir eigentlich noch machen. Von Schwertern und Knüllen. Genau eine Quest nach meinem Geschmack. Hä, hä, hä. Aber ein Einbruch der Dunkle. Äh gut, da müssen wir kurz meditieren. Schneller. Schneller. Du kommst mir bekannt vor. Dämon! Hast du genug? Das die aber auch immer wieder angreifen müssen. Also langsam sollten sie es doch wirklich lernen. Plötze. Jetzt wacht die Stadt aber langsam auf. Es sind doch noch Leute unterwegs. Wie spät ist es? 5 Uhr 13. Also jetzt in-game. Also bei mir ist es gerade 5 Uhr 19. Also passt ganz gut. Was bauen die denn? Das ist nix. Das ist jetzt nur rum. Bau nix. Gleich war es. Danke. Okay. Ich glaube, ich habe niebebeißt. So ist es gut. Mann, oh Mann. Was für Kuckerspucker. Ich war hier. Ich war dort. Überall der gleiche Mist. Hilfe. Rette mich. Ich sterbe. Hilfe. Sieh dir den Rumtreiber an. Hm. Gar keine üble Jacke sei. Rumtreiber. Vielleicht können wir sie mitnehmen. Diese Jugend heutzutage. Alle weichen der Wände. Hey, Hübscher. Was muss ich tun, deinen Schuh zu kriegen? So, wie weit müssen wir eigentlich noch? Du hast kräftige Schenkel, Fremder. Ich habe diese stechenden Schmerzen im Rücken. Du kommst mir bekannt vor. Habe ich die schon mal verklappt? Komm schon, das war nichts. So, also wir müssen kurz meditieren. Wir müssen hier, ne? Und zwar... Ja, bis hier irgendwann. Einbruch der Nacht. Ja, okay. In der Nacht. So. Ah, da ist er ja. Ich bin hier. Wunderbar. Wollen wir? Worum ging es in der Quest nochmal? Ach, egal. Geh voraus. Wunderbar. Komm. Ach. Der Mann vom Bettlerkönig. Man nennt ihn Blech, Bursche. Was weißt du über ihn? Nicht viel. Wird schnell wütend. Also Vorsicht. Wir brauchen ihn dringender, als er uns. Wie vorsichtig. Das Leben ist manchmal echt scheiße. Will aber nicht vorsichtig sein. Oh, das sieht schon sehr, sehr viel versperrischend aus. Du solltest alleine kommen, Elf. Wer ist das? Ein besorgter Freund. Oh. Na. Also pass auf. Der Boss mag mit Hacker zerstritten sein. Aber vor allem muss die Kasse stimmen. Unser Angebot ist nicht verhandelbar. Überrasch uns. Zuverlässiger Eisennachschub gegen die Hälfte der Einnahmen. Das ist ein Witz, oder? Ihr kriegt ein Zehntel. Geralt, was hast du? Du spielst mit dem Feuer, Arschgeige. Ich muss nicht mit dir feilschen. Letztes Angebot. 40 Prozent. 25 Prozent. Wer bist du, dem Bettlerkönig irgendwelche Vorschriften zu machen? 35. Tiefer gehen wir nicht. Ein Viertel ist unsere Grenze. Wir legen noch einen Ladenrabatt drauf. Du hast nicht alle Latten am Zaun. Nichts da. Los, Jungs. Los. Gut, wir nehmen das Angebot an. Aber vielleicht sollten wir... Wo solltest nach Hause gehen, elf. Einverstanden. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Oh, Blechbursche, du hast dir den Verstand weggesoffen. Das hier ist Hackers Territorium, du Schwanzhobler. Verdammt, wer ist das jetzt? Hackers, Jungs. Euch, verbreiten Sie schnell. Ehrer, was machen wir jetzt? Nein! Zerzitterflüche! Verdammt. Versuch's doch, du Schwanz! Los, auf ihn! Ach, da schießt noch einer mit der Armbrust. Das ist aber ein netter Geselle hier. Ich muss nur noch looten, hallo? Nichts schnell, schnell. Aber mit Hackers Leuten hat man schon zu tun. Aber schön, dass Geralt die dann wieder nicht kennt. Ist wahrscheinlich das Problem, wenn man so viele Nebenquests macht. Den Leuten danach schon begegnet. Hast du ein Problem? Ich hab dich grad gerettet. Könnt der Scheiße! Vorsicht! Vielleicht sind noch mehr drin! Vorsicht! Vielleicht sind noch mehr drin! Vorsicht! Vielleicht sind noch mehr drin! Mir nach! Entkomme dem Überfall! Na, okay. Gut. Ich hoffe bloß, dass sich das hier noch lohnt. Also, können wir uns auf die Lieferungen verlassen? Für wen hältst du mich? Habe ich euch nicht mein Wort gegeben? Aber ich würde an eurer Stelle Wachen anheuern. Bei Hacker kann man nie wissen. Kannst du uns Schutz bieten? Ein paar von Hackers Scheißern sind entkommen. Der Bastard weiß sicher schon alles. Ich kann keine Männer entbehren und nicht für eure Sicherheit garantieren. Ihr solltet eine Weile untertauchen. Danke, Blechbursche. Irgendwann einigen sich die Bosse. Dann habt ihr Ruhe. Ihr müsst nur bis dahin überleben. Irgendwann. Was jetzt? Wir plaudern und dein Partner ist auf und davon. Verdammt. Hey, warte! Viel Glück! Hattori, warte! Los, lauf! Ein sehr, sehr mutiger Kamerad, ne? Moment, muss ich jetzt wieder durch die halbe Stadt? Ne, muss ich nicht. Okay. Glück ja. Was für eine Anbiet. Was für eine Eleganz. Oh! der ist jetzt weg oder abmachung treffen zu spät der bettlerkönig besorgt die rohstoffe und dann du wirst ihn bezahlen müssen was habe ich getan gerald du musst mir helfen muss ich nicht ich bin ein hexer keine leibwache genau du musst mir eine leibwache besorgen gerald ich bitte dich die bringt mich um hast du jemand bestimmten im sinn es gibt einen seltener sucrus der auf dem stör trinkt ein alter pirat ein skelliger hat mal für mich gearbeitet riesig wie eine eiche würde sich vor einem dutzend hackern nicht fürchten kannst du nicht selber mit ihm reden wir sind nicht sehr harmonisch auseinander gegangen will sagen er wollte einen bonus und ich du hast keinen rausgerückt na toll und jetzt soll ich deine schulden zahlen du findest bestimmt eine möglichkeit ihn umzustimmen er hat bitte lass mich nicht so hängen das wird ja lustig zwar jetzt dürfen wir durch die ganze stadt oder nee auch nicht okay plötze aber macht den plötze wieder klar dass plötze hier da wo musik saufen und frauen sind da ist auch plötzlich ich muss mal was abladen nicht in auf un im m Vielen Dank.